Guten Tag. Hä? Guten Tag. Tag? Ich sagte, ach vergessen Sie es, können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? Nein, haben Sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein dabei? Führer. Führer? Führer? Nein, ich möchte doch nur den Führerschein sehen. Den Führerschein. Die Fahrerlaubnis. Na, Sie wissen schon. Nazi, 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 Nazi. Hilfe, Führer, Nazi, Hilfe. Hilfe. Mensch, nicht Nazi, ich sagte Nazi. Das ist gerade aus. Rassist, Rassist, Rassist. Nein, das ist ein Irrtum. Aber wissen Sie was, fahren Sie einfach weiter. Aber geben Sie in Zukunft nicht so viel Gas. Nein! Mann, 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 lass das her. Das kannst du laut sagen, aber ich muss diesen Scheiß durchziehen, wenn ich meinen Führerschein zurückkriege. Das kannst du laut sagen. Stop.